Im Osten Neu-Delis türmt sich der Müll so hoch wie das Taj Mahal auf der Müllkippe Ghazipur. Ein gewaltiger Berg, über 70 Meter hoch, der ständig noch größer wird. Dank der vielen neuen Millionen Tonnen Müll aus der indischen Hauptstadt. Wie tausende Bewohner aus den Nachbarslums sammelt auch der 19-jährige Devendra täglich ab 5 Uhr morgens hier Abfälle. Dosen, Plastik, Kleider. Er sammelt alles, was Geld einbringt oder man recyceln kann. Für 10 Stunden Arbeit pro Tag verdient er umgerechnet 3 Euro. Davon lebt seine ganze Familie. Blastik, Kleider. Wir können auch etwas machen, aber was passiert? Wir müssen uns nicht glauben, dass es uns nicht so gut ist. Wenn wir etwas machen können, wenn wir etwas machen können, wenn wir etwas nicht machen können, dann können wir nichts finden. Wenn wir uns nicht hören können, dann können wir uns nicht hören. Was ist das? Das ist mein Schraub. Das ist auch auf der Karte gekommen. Das kann man sich hören. Über 1500 Familien kamen in den letzten 15 Jahren nach und nach in die Slums von Ghazipur. Es sind ehemalige Landwirte aus der Kaste der Unberührbaren. Geflohen vor der Armut in ihren Heimatdörfern. In dieser Gesellschaft gelten sie als Parias, Ausgestoßene. Damals galten Müllkippen wie Ghazipur als Eldorado des Plastiks. Die Ärmsten fanden hier tatsächlich erst einmal ein besseres Leben. Nititsche lebte früher in den Bergen im Nordosten Indiens, an der Grenze zu Nepal. In einer der ärmsten Regionen des Landes. Nach seiner Ankunft begannen er, seine Eltern und seine drei Brüder mit dem Müll sammeln. Die Erw muchísimo ist. Die Erw&terlösung in den nächsten Jahren. Der Bergen ist auch noch ein Traum. Daher ist auch noch ein Traum. Daher ist auch noch ein Traum. Der Bergen ist auch noch ein Traum. Wir müssen das nicht verbessern. So, bitte. Komm, bitte. Bitte, bitte. Wir holen uns hier und holen verschiedene Einheiten. Wir sehen uns wie es gibt. Das war's, dass wir hier ein paar Sachen machen können. Dann haben wir ein paar Sachen gemacht. Dann haben wir ein paar Party gemacht. Dann haben wir ein paar Party gemacht. Dann haben wir ein paar Sachen gemacht. Erstens, wir hatten alle Rates. Wir hatten alle Rates. Jetzt haben wir 100 Prozent, 80 Prozent und 20 Prozent. Die Margin wird nicht reduziert. 1,5 Rupien. Pro Plastikflasche sind das gerade mal 2 Cent. So kommt Nititsche pro Tag auf ca. 2 Euro. Der nationalistische Premierminister Narendra Modi hat bei seinem Machtantritt im Oktober 2014 die große Reform Clean India gestartet. Mit einem Verbot von Einwegplastik will er die Straßen des Landes säubern. Eine ökologische Reform wegen des Hygienenotstands. Für zehntausende Müllsammler wie Nititsche jedoch könnte dies das Aus bedeuten. Die Müllkippe von Ghazipur wurde 1984 eröffnet. 2002 war sie voll. Der oberste indische Gerichtshof ordnete ihre Schließung an. Diese Schließung wurde jedoch nie umgesetzt. Nach wie vor karren zahllose Lkw den Müll aus der Hauptstadt heran. Tag für Tag. Und heute ist die hygienische Lage außer Kontrolle. Im Umkreis von fünf Kilometern verteilt die Müllkippe hochgiftigen Feinstaub. Im Wissenschafts- und Umweltzentrum überwacht eine unabhängige Organisation die Luftqualität in Indien. Die Lage in Ghazipur wird heute vorrangig behandelt. Shambhavi Shukla forscht dort. Regelmäßig nimmt sie vor Ort Proben. Das ist der Aeroset Monitor, die wir benutzen, um die Luftqualität zu kontrollieren. Und es gibt 60 Sekunden. Wir können in diesem Bereich monitorieren und sehen, wie viel Luftqualität ist auf jeden Minuten. Und wie die Menschen, die auf der Landfill-Sidee, sind jetzt in der Landfill-Side. Und wenn wir sagen, die PM10-Konzentration gerade jetzt ist, ist ungefähr 600. Es ist jetzt über 600. So, die Standard ist 100. So, es ist mehr als sechsmal das Standard. Even wenn wir die kleineren Partikel, das ist PM1, die noch nicht in Indien, und wir sehen, dass so high levels von PM1 zu Krähen sind. So, PM1, sehr schlecht, sehr schreit die Kinder und Kinder. So, es ist sehr schlecht für die ältesten Menschen, diese Art zu bekommen, weil sie kommen von verschiedenen Schokoladen, wie ein Herz-Sideos oder ein Herz-Sideos oder ein Herz-Sideos. Und für die Kinder, die hier in diese Art zu bewegen hier in diesem Bereich, Nach einer UNICEF-Studie ist das Gehirn von Kindern, die dieser Umweltbelastung von Geburt an ausgesetzt sind, kleiner als der nationale Durchschnitt. Sie haben einen geringeren IQ und erkranken häufiger an Nervenleiden. Und da haben sie wiederholfen, die sich wiederholfen und wiederholfen und wiederholfen. Die NHAI, die Ausgabe der Indien von Indien, hat die Waste Materialien von den Landfill Sites genommen und versucht, die Rohde mit dem Materialien zu nutzen. so that they can use that, they can decrease the capacity of that landfill. So that is one thing that the government can do. And the other thing, like at the people level, what people can do, what individual can do is segregate their own waste, decentralized system of waste management system, like composting can be adopted at different residents levels. Angesichts der Tragweite des Problems wirken die Empfehlungen der Forscher wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Doch die Regierung stellt sich bislang taub. In Gazipur leisten die Bewohner um ihren Sprecher Sandram Pradan allmählich Widerstand. Wir sind nicht, wir sind. Wir wissen nicht, dass die Familie, Mata-Ajee, die sind. Das ist Teil der Lethuis. Wir sind hier einmal im Klaas. Nach der Regierungen wurde in die Worte. Es hat aber noch 2 Jahre alt. Mein Kind ist gefahren. Mein Kind ist zahm. Unter dem Land war ein Band. Mein Kind. Der Doktor sagt, dass die Kinder eine Infektion haben. Sie sind in Norda, oder? Wie ist die Kinder? 100% und 50% denken. Die Kinder sagen, dass wir nicht hier sind. Erstens, die Haus tax und die Menschen haben. Die Medizin ist so großartig. Wir sind in die Medizin. Wir sind in die Medizin. Wir sind in die Medizin. Aber wir sind nicht die guten Wunschung. Wir sind nicht die Wunschung. Sie sind in Skiener City, die hier in der Pension. Sie sind nicht die Wunschung. Ich habe einen Mann mit einem Patienten. Ich habe einen Patienten mit einem Patienten. Ich habe einen Mann mit 30 Jahren. Jetzt hat er den Kopf. Ich weiß nicht, dass er den Kopf wird. Er sagt, dass er den Kopf aus dem Kopf ist. Er sagt, dass er den Kopf ist. Er sagt, dass er den Kopf ist. Er sagt, dass er den Kopf ist. Ich bin der Küche. Ich habe keine Angst, keine Angst zu Hause. Ich habe auch eine große Angst. Ich kann mich nicht so gut. Nun habe ich es geantwortet. Ich habe es als Kind der Bruder, die ich meine Freunde habe. Meine Freundin, die ich meine Freunde habe. Bis heute hat der Staat hierzu noch keine seriöse wissenschaftliche Studie beauftragt. Santram Pradan lebt seit 37 Jahren in Gazipur. Er ist um einiges länger hier als der Müllberg. Wo heute die riesige Halde thront, versorgte einst ein natürliches Wasserreservoir das Viertel. Er will uns die Müllkippe zeigen und so nah wie möglich ran an dieses Monster, so wie es Journalisten eigentlich nicht dürfen. Er ist einiges an, was ich hierhergehe. Ich habe hierhergehe. Er ist einiges an. Das war's. Das ist ein Ruhm. Sie haben hier 10 Jahre lang geholfen. Sie haben hier 10 Jahre geholfen. Sie hören nicht. Sie sehen, es ist ein Polizisten. Sie sehen, es ist ein Polizisten. Sie sehen, es ist ein Polizisten. Ich bin der NGT. Wo ist der Supreme Court? Und in der NGT, es gibt nichts mehr. Wir werden den Knie verletzen. Wir werden den Polis, den MCD und wiederhörter. Der Supreme Court hat gesagt, wer will den Knie verletzen? Jetzt wissen Sie, dass die Supreme Court nicht mehr oder die Leute sind. Sie wissen nicht? Der Supreme Court hat gesagt, Der Dill ist es, wenn sich die Dillee zackt, dann schießt es. Und dann ist es, ich will Dillee, Dillee. Ich würde mich nicht sagen, dass sich die Dillee vollkommen. Die Dillee von der Dillee kommt, die Dillee kommt. Das ist, was das Problem ist, das ist, der Dillee kommt. Es ist aus Abfällen geronnenes, schädliches Sickerwasser. Die schwärzliche Brühe hat das Grundwasser bis in 300 Meter Tiefe verseucht. Im Umkreis der Müllkippe bildet sich auf dem See eine harte, immer dickere Giftschicht. Zandram Pradhan wirft den Behörden Untätigkeit vor. Vor allem als Sprecher der Gewerkschaft der Milchindustrie von Ghazipur, dem größten Arbeitgeber des Viertels. In den 70er Jahren hatte Indira Gandhi das hiesige Land den Bewohnern überlassen, damit sie hier mit ihren Büffeln und Kühen Genossenschaften aufbauen konnten. Seither versorgt Ghazipur die 30-Millionen-Stadt Neu-Delhi mit Milch. Diese profitable Branche will der Staat wieder übernehmen und alles privatisieren. Die Das ist eine große Bedeutung, die 8-9 Bedeutung sind, und 10-15 Bedeutung sind. Die Bedeutung ist 1 Bedeutung von 8-10 Liter. Die Weiden von Ghazipur gibt es nicht mehr. Die Tiere sind in Ställe gesperrt und bekommen hochwertiges Heu. Die Tiere sind in Ställe gesperrt und verabschieden. Die Tiere sind in Ställe gesperrt und verabschieden. Die Tiere sind in Ställe gesperrt und verabschieden. Kein Politiker wollte auf unsere Fragen antworten. Nach mehreren Anläufen erklärt nur die Bürgermeisterin von Ostdehli, die zuständig ist für den Bezirk Ghazipur, sich zum Interview bereit. Sie will sich aber nur zu den Bemühungen ihrer Behörde um eine Lösung für die Müllkippe äußern. Vielen Dank. Wir haben auch eine große Herausforderung für Gajipur. Wir haben sehr viel an die Höhe von Edm und die Höhe von Edm ist. Wir arbeiten mit Waste-to-Energien. Wir arbeiten mit Waste-to-Energien. Wir arbeiten mit Waste-to-Energien. Wir arbeiten mit Waste-to-Energien. Wir haben 64 Wards, in denen wir alle Wards planen haben. Und in denen wir alle Wards planen können, dass die Wards die Wards, in denen wir alle Wards reduzieren können. Die größte Problem ist, dass wir eine Pfund brauchen. Die Pfund ist sehr viel zu reduzieren. Die Halde weiter in die Höhe aufschütten. Dieser Lösungsvorschlag der Bürgermeisterin von Ostdehli wirkt wie ein Geständnis ihrer Hilflosigkeit. Er ist auch unverantwortlich, angesichts der Gefahren für die Menschen von Ghazipur. Denn schon einmal hat eine schlimme Tragödie die Gemeinde in tiefe Trauer gestürzt. Vor zwei Jahren kam es aufgrund von entweichendem Gas zu einem Erdrutsch. Zwei junge Menschen des Viertels kamen ums Leben. Begraben unter 50 Tonnen Müll. Die Bewohner wollen das nicht vergessen. Ein Mensch, die Wards-Leute war eine Beste. Heute war die sliding, über die Wards-Leute. Das war die Kinder, die 21 Jahre alt war. Das war eine Raja-Kumari-Nam, die 21 Jahre alt war. Und das war ein Kind, der 22 Jahre alt war. Das war die beiden hier. Wir sind alle hier verletzten. Wir sind auch hier verletzten. Wir haben alle hier verletzten. Wir sind auch hier. Wir haben alle hier. Wir haben alle hier. Wir haben alle hier. Wir haben alle hier. Wir haben zwei Minuten. Ein Hilferuf der Menschen von Gazipur. Noch immer hoffen sie darauf, dass die indische Regierung ihn eines Tages hört. Und endlich handelt.